Hallo und herzlich willkommen bei Modehaus Hartgen Steinfeld. Unser Tannenbaum steht schon und wir freuen uns auf die Weihnachtszeit. So, jetzt dürft ihr einmal in unser Atelier schauen. Das ist erstmal die Efi und Efi ändert jetzt eine Hose für die Kunden und zwar kürzt sie die Hose mit Originalsaum. Das ist ganz wichtig, dann sieht es nämlich genauso aus wie vorher. Wir haben zwei gelernte Herzenschneiderinnen und fünf gelernte Damschneiderinnen. Die ändern eigentlich alles, was die Kunden sich wünschen. Ärmel kürzen oder die Hose kürzen und zum Beispiel Seiten enger oder Bündchen heben. Wir legen großen Wert auf Anarbeit und das seit über 60 Jahren. Der Gründer dieses Hauses, Alois Hartge, ist so angefangen mit Massarbeit. Ein Stück davon ist dieser Mantel hier, sehr hochwertig verarbeitet, massgeschneidert. Und der ist schon seit auch über 60 Jahren und immer noch in tadelloser Zustand. Wie schafft man das denn, dass ein Mantel so lange gut erhalten bleibt? Ja, gute Pflege erstmal, guter Stoff, gute Materialien. Ja und dann muss man auch das Teil auch gut pflegen. Zum Schluss möchte ich euch noch gerne zu unserem Weihnachtszauber am 9. Dezember einladen. Um 15 Uhr kommt der Nikolaus für die Kinder und natürlich auch für die Großen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017